So, und da sind wir wieder, ne? Mit der... ...naisen Kassandra. So, zack weiter. Jetzt haben wir in der letzten Folge die Bude da auseinandergerissen wieder. Haben wir es wieder aufgemischt, die Burschen. Am Ende jetzt da schauen wir, dass wir dort hingehen. Was ist denn das? Ah, da kriegen wir was episches. Warte mal. Da müssen wir sofort hin. Ah, da ist unser Gauer, der Bauer. So. Ah, okay. Los geht's. Mit den Bären gerissen, warte mal. Das ist ein bisschen Lüffchen, wutscht so, oder? Ja, oder? Ja, so, und will der Ewa. Komm her da. Hoppala. Keine Pfeile mehr, oder? Ich hab keine Pfeile. Weiß nicht zusammen. Upsau. Komm her. So. Pfeile herstellen müssen wir gleich. So. Acht Leder. Das ist sehr gut. Aber hier drüben sind auch die Welt. Warte mal, warte mal. Ich kann das, warte mal. Schauen wir mal. Wie schaut's denn da aus? Was ist denn das für ein Logo da überhaupt? So. Aber jetzt machen wir schnell, äh, Pfeile herstellen. Boom, 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 boom. Ah, ja. Inventar. 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 So. So, weg. Haben wir. Und? Ich mach mal einen Schleicher. So. So. Ach so, da bist du ja noch da. Oh, da. Weiter. Schlaf gut. Schlaf gut. Das tut sehr gut. Das tut sehr gut. Okay. Hört mir. Klimpa, klimpa. In der Cash, in der Tisch. Alles meins. Alles meins. Alles meins. Alles meins, das gehört. Alles meins. So. Haben wir das auch erledigt, ne? Die denken, die können sich mit mir anlegen, aber nix da, nix da. Was hast denn du da? Da kann man mich ablündern. So. Yo. Chiere. Chiere. Mach dir das? Unweit von hier ist eine Truhe mit Kostbarkeiten. Die Söldner wollen sie den Göttern opfern. Was für eine Verschwendung! Verschwendung? Wieso? Wenn die Götter Gold bräuchten, dann wären sie hier unten bei uns Sterblichen. Und du hast keine Angst vor dem Zorn der Götter, wenn du dir diese Truhe holst? Sind Drachmen nicht der einzige Gott für euch Söldner? Ich kann dir sagen, wo du die Truhe finden kannst. Aber die Soldaten bewachen sie gut. Und ich soll sie dir besorgen? Ja. Zurück zu mir und ohne einen Kratzer. Du weißt es noch nicht? Das wurde schon erledigt. Von mir. Du hast deine Arbeit gut gemacht. Hier, das ist für dich. Ich mache keine halben Sachen. Cash in the Dash. Oh yeah. Quest abgeschlossen. Na ja. Oh, wir sind bald Level Up. Durchsuchen. So. Oh, hast du verwandelt jetzt aber? Das war eine alte Frau da, das ist für mich der Kerl da. Ich weiß noch nicht. Hoppala, Tschuldike. Ich bin ja auf die Traf gestiegen. Da. 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 Ja, Devo, Devo. Fort Montejo. Äh, hierher. Da. Da. Da brauchen wir meinen Vogel. So. So. 150 Meter. Wie machen wir das? Ich schaue zu, ob das politische Karte war. Na ja, haben wir gespürt geschwächt, ne? So. Da sind wir unsere Heldin vom Erdbeerfelden. Ja, so. Wer hier in den Weg kommt, äh, der muss abkacken. Äh, ist der schlecht gesungen. Ah, okay. Hm. Boba. 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 Eins, zwei, drei. Okay. Das ist keine Zauberrei. So. Mit dir fangen wir an. Was ist mit dir? Aber nein, ich musste mal kurz weg. Ich setze doch ein bisschen mehr, als ich gedacht hab. Ja. Für euch. So. Stufenaufstieg, Alter. Jetzt da. Geht's los? Hoppala. Na. Komm her. So. Ich mein's, aber du überlebst das nicht, oder? Hoppala. Nö. Was willst du? Alter. Oh, Batsch, Alter. Ich krieg's ja mal. Ein Faustbusserl. So. Habt ihr nix einstecken für mich? Pfeifen. So. Wie ist denn ihr ferner gewesen? Indianer? Okay. Ja, ja. Storner. Storner. Die Mäuren führten dich zu mir. Ich danke dir von Herzen. Oh, ich vertrat die Kerzen. Ja. Ja, Molokow. So. Burn, motherfucker. So. Wo schreiten die herum jetzt? Warte mal, ich muss mal schauen. Mein Blinderbahn. Ah, Plan. Mein Blinderbahn, ja. Ich bin ja so ein Bahnfeld, ja. Danke. Na, hörb. So, Herr Icarus. Wie schaut's aus? Da ist ein Kopf, Geld, Finger, Fuzzi. Na ja, da oben ist ja noch was. Warte mal. Aber das ist ja schon auf der anderen Karte. Weiß nicht mehr. Das kann man mitnehmen. Das ist ja richtige Bude da. Die haben wir da. Nieder, die alle. Na? So. Kassandra. Miss Hunter. Hunter. Kassandra Hunter. Jetzt wissen wir's, ne? Jetzt wissen wir's. Oh, Kassandra Hunter. Lass mal ran da. Bist du in Not? Ruf Kassandra Hunter. Ja. Reimen sollten wir können, ne? Ja, weiss ich weiß. So. Jetzt kommt der Michael Mayer aus. So. Sitz. Platz. Und... Jetzt geht's los. Zack. Popcorn. Mäßig. Ploppt das alles auf. So. Da ist irgendwas. Oder auch nicht. Da, da. Das sind alles Level 13er. So. Er ist... Es... Also wirklich, ne? Der hat ein bisschen Cash in die Tasche, ne? Da merkt man gleich, da ist was los, ne? Bei den Typen. Oder vorher kommt man in die Höhle durch rein, vielleicht? So. Ja, hier soll irgendwas sein, ne? Aber... Okay. Okay. Haben wir's jetzt? Okay. Der da drüben ist alleine. Okay, den gehen wir. Wollen. Aua. Nicht tauchen. Hopp, 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 hopp. Und sie springt wieder rein. Das ist jetzt so schmutzig, ne? Wie Cassandra. Weil sie jetzt mit der Odessa getrieben ist. Wir müssen ihre ordentlich waschen, ne? Ja. So, warte mal. Ah. Amt am des. Selten alle Fähigkeiten haben wir jetzt wieder was gekriegt. Ähm. Mal Feuerschaden probieren nochmal. Ich weiß gar nicht. Was ist denn da noch? Ich weiß nicht, ich muss den aufkarten, ich weiß nicht, was der nehmen soll. Oh. Wirklich. Das haben wir neu. Den haben wir auch neu. Da. Seh ich sie, Kassandra, Maschita, Eiskarten, so. So. Gefängliche Sachen. Den können wir verschleudern. Die brauchen wir nicht unbedingt so. Hoppala. Locken. Ah, da kam dieses Pfeifen her. Mir. Hat, but, but, hat. So. Der schwimmende Kollege. Lass, los, nicht. Wo kletterst du hin, Mädel? Bitte, reiß dich zusammen. Das würde nicht gleich jeder wissen, dass wir da sind, ne? So, klar, klar, klar. Nochmal, Herrn Igerus. Ja, wo ist das? Da ist noch was. Da ist noch ein Kollege. Da ist alles frei, hier. Oh, ah, okay. Haben wir jetzt alles aufgedeckt? Igerus. Kleiner Strzy. Dann lass uns mal da rüber laufen. Krag, 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 krag. Hier bin ich, der Krag, krag. Mh, mh, mh. Blunderbody. Ach ja. Lachend sachgeschichten, heute mit Kassandra, ne? Jo, Kassandra. Wackel im Sturm. Okay. Ich bin nicht da. Warum weißt du, dass er hier war? Mann, ich war so vorsichtig. Da rauf. Schwimmen mal. Okay. Ich muss nur aufpassen, dass er nicht ganz rauf kommt. Okay. Geh runter da, Mark, Kassandra. Bitte. Ziemlich Loot für uns. Das tut gut. Na man, wie viele Leute hier sind, ne? Nein, du mir. Na, Kassandra, reiß dich zusammen. Aufheben. Komm rein. Kann man die beim Fenster raushalten oder so? Ne. Komm rein, du mal. Oh. Wo packen wir dich hin, Alter? So. So. Drehen und dann runter, ne? So, mach du das. Sauber. Mhm. Da, warte mal. Lage checken. Ich bin hier. Ist auch was? Okay, da ist ein Höhlen-Eingang. Ja, den holen wir uns jetzt noch. Den Kollegen da vorne. Hallo. Hier bin ich die Kassandra. Alles gut? Sehr gut. Leider ist kein Loot. Das tut nicht gut. Und tschüss. Die Opfer brauchen wir nicht, ne? Das ist alles unten, ne? Den könnten wir auch holen, aber wir arbeiten uns von außen nach innen. Und dann, ne? Das ist lokal geschickt, so. Okay. Ne? Fußspunen? Scheiße. Komm schon. Bis dich. Geh rein. Scheiße. Och, ne. Verpisst dich. Ich hab wieder so ein Spielverbot dabei. So macht das keinen Spaß, ne? Nein, nichts. Ich dulde keine Misserfolge. Weitermachen. Geht klar. Ich überprüfe das. Dann prüfe wir mal das. Aber jetzt haben wir es einen anderen gefunden. Oh, der wäre ja weggeworfen, ne? Ich bin ein paar nasse Säcke. So, ich kann es checken. Ja, genau. Jetzt kommen wir uns mich holen, so. Die Gauner. Sind die irre? Sie können ja überall sein. Hallo. Hallo. Das ist ja mal. Das sind nicht blöd, ne? Wir können richtig nachschauen. Wir können nicht mehr befreien. Verli. Was siehst du? Ich hab nie mag. Wir hören nicht auf, bevor wir was finden. Uns entkommt keiner. Säcke. Ja. Hier drüben. Adrenalin habe ich auch kein. Super. Okay. Okay. Ja, ein kann man aus dem, von den Klasse. Ja, so mit den Klasse killen. Ja, oder? Oh, ja. Du gehst uns. Kleine Leonards. Zeig, ob mich das schon. Zeig, ob mich das schon. So, gefällt mir das. Ne? Kraft da. Aber ruck. Okay. Noch mal die Lage checken. Check, check, check. Der ist da oben. Hinter uns kommt keiner. Warte mal. Okay, da sind wieder welche. Den müssen wir zerstören. Okay, den Hammer runter, ne? Weiß möglich, okay. Lass, los. Lass, los. Loslassen. Och, Mann. Wir müssen sie kriegen. Wenn die nach unten klettern, ne? Krabbeln. Dann geh ich nach oben und... So. Gibt's nur. Gibt's ja recht. Sind so viele Markierungen jetzt gerade. Am Start. Scheiße. Hast du endlich eine Spur? Gar nichts. Na los, weiter. Sucht schon. Wir finden jedes Versteck. Nur nicht meins. Ach du Scheiße. Was? Sieiiiiiig! Wer ist sie? Verdammt. Kacke. Ach, ne. Scheiße. So. Brutal gewahrt. Abgeschlossen. Wie? Okay. M. M. Lack. Lack. Einen. Sturm. Der. Ok. M. Der. 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 Ah, wie geht's denn da? Opa! So, ich seh nichts. So, jawohl. Das hat dann schon ein Stecker für uns. Also noch ein Elite-Gegner. Das ist sehr praktisch. Wollen wir hier alle fertig machen? Hoppala. Hoppala. Da müssen wir ausweichen immer. Wenn er rot wird. Hör auf. Cassandra. So. Da müssen wir ausweichen. Ich hab gesagt, wir müssen da ausweichen, wenn er das macht. Das sind wir. Oh. Oh. Thomas. sicher. Alter! Alter! Frist das? Kleine Muschi! So, ein bisschen Schnaufpause machen Alter, 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 Alter Da geht's ja rund Missionsziele Eins und zwei, haben wir da schon mal? Eins, okay Ein Geheimnis müssen wir noch lüften Wo geht denn dem entlang, ne? Warte mal Wenn ich mich hier verstecke Oh, weh Adelheit Scheiße Ich bin Spastiker, verlängert er auf! Ich bin Spastiker So, das sind Spatianer, okay Hau zu Ah, passt das da vorne Vollerge Braunschweig So, jetzt gehen wir wieder nach oben Ach, nö Immer diese Belächtigungen von diesen Kopfgeldjägern So, warte mal Jetzt waren wir aber schon gut dabei, ne? Aber es wird nicht weniger, kommt mir vor Befehlshaber müssen wir ausschalten Das dürfte ja sein, oder? Irgendwie will ich Sag mal Jetzt geht's hier aus Ach du Scheiße, das war knapp Der muss irgendwie los werden Sag mal Wir müssen mal runterkicken Und Haarok Tschüss Hm Bärenkäfig Nee, das geht nicht Boah Ne, das tat weh, Kassandra, ne? Eine Wache haben wir hier Und wegräumen schnell Und die Ecke bringen Zack Und rauf da Luft ist rein So Nee Sandra, drückt dich Wir müssen Die Hintertypen da aus Den müssen wir noch ausdämpfen Hoppala Entschuldigung Mein Adrenalin Mein Adrenalin Ist da jemand? Scheiße Kommt der jetzt? Scheiße, der kommt Wenn er kommt, laufen wir da vorne So So Das andere rauf da Au Wo ist denn der Typ jetzt? 400 Meter ist ein Freizeichen Aber keine Ahnung Ist einfach abgehauen Zwei Wachen am Tor Gut Okay Cash Cash, 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 cash So Die sind unsere Garde So Können wir den Bären jetzt loslassen hier? Warte mal Ich seh das nicht so richtig Das Tor Oh yeah Der Bär ist los Los Tanzt meine kleine Puppe Okay Scheiße Die kann man nicht killen Kommt der da runter Kommt der da Kommt der Den Den Möbeln Dann Tut mir Was ist das? Ich persönlich Mal ran da Passantela Lass mal ran da. So, deswegen müssen wir jetzt da noch blindern. Wo ist denn das Kiste? Stehlen. Oh yeah. Aufheben. Nee. Lass mich nicht die Schauen sind. Der Spartaner. Bin jetzt gegen die Spartaner? Ich weiß ja nicht. Wir sind da richtig gut drin, ne? Irgend zur Zeit. Schau mal. Oh Gott. Und B haben es schon gekillt, wahrscheinlich, ne? Da drüben. ja auch mal interessant da hinten müssen wir noch hin da müssen noch hin es ist ein bisschen du schürzt da scherzer Wer lehrte dich zu kämpfen? Da, da, da. Kollege Braunschweig. Ist er gebetet, Alter? Ja, ich muss jetzt weg. Scheiss, Dreck. Naja. Ärgerlich, aber nervös, ne? Jetzt haben wir das ganze Tage umsonst gemacht, ne? Nichts zu trotz... Icarus, zeig uns... Scheiss. Nochmal. Schaut die Lage aus. Ja, okay. Fick dich. Wir brauchen ein bisschen Lärm jetzt, ne? Oh, ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Oh doch. Kraft da. Oh. 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 Ah. Oh. Ah, der Typ da, ne? Der geht mir richtig im Arsch, jetzt, ne? Der mit den Bären. Ah, da ist der Wichser. So leicht hab ich's noch nie, Kopfschmerzen! Ich schon. Du bist scheiße, oder? Söldner besiegt. Ah. Was ist mit dir Bärlich? Nein! Diese Sparta, Alter! So! Oh, wie schmeckt dir das, Alter? Jetzt können wir's noch ein bisschen vorschauen, Alter. Ich hab Bock auf euch. Ah. Du Scheißbär. So, bring' ich. Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Gerli! Da! Wo ist das? Meister Betz. Jetzt geht die Ernte, Alter! Fahrt die Ernte ein! Fahrt die Ernte ein! Fahrt die Ernte ein! Danke fürs Fell! So! Lächerlich! Wir müssen jetzt killen! Warte mal! So! Nochmal schauen! Da! Das zieht nicht mehr! Aber ruck! Und dann, was ist das? Oh! Zapp! 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 Ah, frischen! Zapp! 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 Das sind dich und die Katzen. Schau mal. Und der Feuerteufel. Ich bin nicht gut versteckt. Oh doch. Wird alle stirben. Kommt alle in mein Summer Hour Room. Jetzt müssen wir da ein bisschen die Position wechseln. Nicht zu melden. Nicht die Konzentration verlieren. Sonst Waffendeckung. So, wo müssen wir jetzt hin? Hinten ist gar nichts bewacht. Das ist super. Idioten. Ach du Scheiße. Staats, Schatz, Blinden. Cash in the Dash. Die Kassandra ist auf dem Loot-Zug drauf. Jetzt, ne? So. Fahrrück. Hopp, hopp. Okay. Wo ist das? Lager checken. Okay. Da drin. Und los. Hopp. So, 4-Z muss sein. Und... ...Fackel im Sturm. Feuerdorffel Kassandra war wieder hier. Und durchsuchen. Check, check, check. So. Und hinauf. Kleine Maus. So. Ja, mach. Mach deine Arbeit. Hopp, 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 hopp. So. Was haben wir jetzt noch? Offen. Gleich schauen. Ich will es noch so einen Typen. Vielleicht, äh, killen. Ähm. Ihr fehlst aber, ja? Wie ich sage, dann zu drüben, ja? Brauchst mein Kettchen. Hab Spaß, Kettchen. Nicht auf mich. Ja, dann. Ich bin dein Befreier. So. Brrrr. Äh, oh Mann. Jetzt ist wieder ein Ding angekommen. Wahrscheinlich. Kopfgeldjäger. Die habe ich ja alle gerne, ne? So. Schatz, Schatz. Was macht denn der eigentlich da vorne ganz alleine? Aber das passt schon so, ne? Dann können wir den schönen Meier machen. Typen. Hey. Ganz ruhig mit den Pferden. Alter, lass mich mal vorbei da, ne? Ich sehe hier nichts. Ich sehe hier nichts, Alter. So, tschak. Tschüss. 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 Dein Glück hat dich verletzt. Mein Glück? Ist dein Arschofen? Jetzt habe ich dich. Einen Scheiß hast du? Warum stirbst du nicht? Weil ich der Terminator bin. Brauch Unterstützung. Ich bin nicht weit gekommen. Lass mich mal. Überstock und Stein. Alter, das wird nicht leicht sein für dich. Na? Hast du mich verloren? Nosenbohrer. Ja, du. Sicher nicht. Ich spuck dir ins Auge und blende dich. Was machst du denn für Sachen, Alter? Ich lasse dich jetzt halt da unten liegen, Alter. Scheiß, wie ist du? Wenn du entkommst, verhungere ich. Wirklich? Und verhungere. Na? Okay, der hat sich nichts reingeworfen noch. Wir müssen den in der Nähe bleiben. Den will ich noch anheuern. Kann ich den überhaupt anheuern? Ich weiß es nicht, ne? Oder noch selten? Schiff? Ramschan ist ja gut, ne? Pfeilschaden, Feuerschaden. Klingt alles gut, ne? Vier Prozent hat der. Vier Prozent. Klassen, ne? Kann man nicht unbedingt so einen Typen. Okay. Kann man nicht lassen, okay. Ja, gut. Was ist mit dir jetzt da unten? Es ist schon langweilig da unten. Willst du dir jetzt einmal niederkloppen? Kloppen, kloppen. Niederschlagen. 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 Komm, Cassandra. Hopp, hopp. Das dauert immer. Suchen. Anheuern. Warum dauert denn das immer so lang? Hallo. Wir stechen bald in See. Ich will dich dabei haben. Oh, ja. Firax. Der Sprachlose. Ah, Schiffchen. Komm mal da, Alter. Firax. Firax. Dammschaden, Feuerschaden. Das klingt gut, ne? Schaden, Brennfeld, Feuerschaden, 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 Feuerschaden. So, und den Legitären haben wir, Feuerwiderstand, Schiffsschutz, äh, Zustand. Okay. Jetzt gehen wir noch die Partie aufmischen, die letzte. Da haben wir nicht mehr so viel. Offen. Was ist mit dem überhaupt? Er ist ganz alleine da jetzt, ne? Los, geht's! Na, komm her. Du Muschi. Na, komm schon. Alter. Du gehörst mir, Alter. So, schau's aus. Du schreibst mir, Alter. Super, ich brenne jetzt auch noch. Du kannst nicht gewinnen. Du hast mutig gekämpft. Boah. Boah, war das jetzt ekelhaft. Boah. Weißt, ihr habt ein Dings, ne? Oh. Du kannst nicht wegreinern, ne? Ist das grauslich gewesen jetzt. Boah. Richtig grauslich. So, was haben wir denn jetzt? Den Scheiß beinahmt. Was andere? Was hast du denn jetzt gebaut, den Scheiß? Wir sind ja nicht noch fertig hier, ne? Okay. Einen so'n Typ müssen wir noch kennen. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Da raus, schlägt zu. Hoppala. Sehr gut. Durchsuchen. Gespeichert. Naja, hoffentlich. So. Dann gehen wir jetzt meinen Loot abholen. Und dann weiß ich, dass du mit der Bude, ne? Oh, Icarus. Ich hab's wirklich. Da unten. Und mit der Bude an. So. Versuchen. Der Bude an. Der Bude an. Und zwar in unsere Richtung. Hm. Ist das so? Die werden sich noch wundern. Ich habe jeden Tag darum gehauen, bis der Herr Lackes sein Sicht zeigt. Ich kann das so easy ausschalten, wenn ich sie gerade benutzen kann. Aber wir gehen hier unsere Kisten holen. Unser Loot des Tages. Hoppla. Schönes Schwert haben wir gekriegt. Ein episches. Sehr nice. Ein schönes Molnakaschwert. Ja Kassandra. Ja Kassandra. Wir wissen es. So. Wo ist denn das nächste Ziel? Nein. So. Da ist das Leuchtfeuer. Nein, wo ist der Schatz? Hier. Hoppla. Da war noch was zum Looten. Zurück. Und rüber. Das war knapp. Ganz viele Sachen. Wenn der jetzt reinkommt, ne? Einfach dreisch. Kleiner Malaka. Ah. Sagt wer? Der Sperrkämpfer. Das müssen wir uns ansehen. Halte die Augen offen. Nein. Ich will nur meine Kiste mit Loot. So. Ich muss jetzt das Leuchtfeuer manipulieren, sonst ist der Arsch offen. Wer ist denn da? Wer ist denn da? Wer ist denn da? Na alle. Ja. Okay. Wie geht der Schatz? Hat sie. Wahrscheinlich drüben, ne? Ja. 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 Zu. Komm mit mal. Kollege. Da ist die Schatzkiste. Da. Da. Ah. Nicht so sexy. Der Sperr. Gute Nacht. Gute Nacht. Frisch Scheiße. Komm her. Schlag zu. Wolle. Sa. Zähne. Das ist gut. Kolege. Und jetzt. Ja. Ja. Das ist gut. Möller. So. Stier. Aufsuchen. Sind da? Ja. Ich sag mal nix dazu, ne? Langsam wird's jetzt. Jetzt sind wir richtig in Fahrt jetzt, ne? So, komm her da. Das ist scheiße. Okay. Ein Kopfgeldfutz ist ja da. Ah, Leder. Das ist sehr wichtig. Ja, wie gesagt, wir nehmen den Bruder auseinander, ne? Wollten wir nicht glauben, ne? So. Ah, schlaf gut. Icarus. Wie schaut's aus? Im Märchenschloss. Ich weiß nicht mehr. Ein Katzel ist da hinten. Dann ist da ein Bratzel. Okay. Okay. Dein Hormon setzt da unten. Wie bist denn du jetzt? Wie kommst denn du her? Ja. Mach was. Du bist scheiße, oder? Ja. Was ist denn du für den Arschloch? Ja. Das ist übel. Ja, ja. Sprüge nicht oder so. Ich muss weg. Verrecker, endlich! Aber ich auch schon. Okay, jetzt können wir werden. Kletterner benutzen. Das ist gut. Hab dich! Hab dich! Hab dich! Zurück, sieher! Wohin fallst du? Was machst du? Au! Au! Weg! Tschüssi! Holzkopf. Ei, 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 ei. Wird mir schon rassiert jetzt, ne? So leicht entkommst du mir nicht! Oh doch. Jemand will dein Boot und ich will mein Geld! Bin ich schon. Gib endlich auf! Deine Zeit ist gekommen! Deine ist gekommen, letzter. Du gehörst mir! Du entkommst deinem Kopfgeld nicht! Ola! Ola! Es ist Sandra! Was meinst du für die Sachen? Skandar! Skandar in Spätbeziehung! Skandar! Skandar, du Mrosi! Harok! Na komm schon, gib schon auf! Junge! Jemand! Jaja! Du hörst mir, Alter! Habe ich gesagt, ne? Durchsunken! Jemand, dankeschön! Jeder in meiner Mannschaft ist frei und wird gut bezahlt! Auch du, wenn du mit willst! So! Fuhr jetzt einmal! Ja, Ekarus! Wie schaut's aus? Haben wir aufgemischt, das Dorf, ne? Ist auch richtig! Ja? Fast! Danke mal! Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder! Ha! Wir sind immer so überlegen, extreme! Tut mir leid, aber... Okay! Ciao!